Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Konrad, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann und uns hat eine wirklich ziemlich interessante Frage erreicht, die auch einige Praxisrelevanz haben dürfte. Was ist, wenn ihr zum Beispiel zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert werdet und auf dem Weg zum Feuerwehrhaus an der Unfallstelle vorbeikommt? Was ist dann, wenn überhaupt noch kein Ersthelfer vor Ort ist? Müsst ihr anhalten, dürft ihr anhalten oder müsst ihr vielleicht auch weiter zum Feuerwehrhaus fahren? Und genau dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Betrachten wir das Ganze aber erst mal von der rein praktischen Seite her. Einerseits wäre es natürlich super, wenn ihr schon einmal erste Maßnahmen einleiten könntet, die Personen betreuen könntet und euch ein Bild von der allgemeinen Lage machen könntet, wenn ihr einfach anhaltet und nicht weiter zum Feuerwehrhaus fahrt. Andererseits fehlt ihr natürlich dann auf dem HLF oder mit welchem Auto, welchem Fahrzeug ihr auch immer dann ausrückt zu solchen Einsatzlagen. Wenn es jetzt mehrere Kameraden auch so machen würden, dann ist hinterher niemand mehr da, um das Fahrzeug zu besetzen und mit dem Fahrzeug dann zur Einsatzstelle zu kommen. Das ist natürlich jetzt stark verallgemeinert und hängt natürlich auch ganz stark von euren örtlichen Gegebenheiten ab. Seid ihr eh viel zu viele Kameraden bei jedem Einsatz und es können gar nicht alle mitfahren? Habt ihr eher ein Problem mit der Tagesalarmstärke und seid froh, wenn ihr ein paar Leute zusammenkriegt dann? Das kann natürlich jetzt keiner sagen. Aber lassen wir jetzt einfach mal alle praktischen Aspekte außen vor und schauen uns wirklich nur die Rechtslage an. Hier gibt es in Hessen die Mustersatzung, die zur Verfügung gestellt wird und auch in der Landesfeuerwehrschule veröffentlicht wird für die einzelnen Gemeinden. Und hier gibt es den § 7 der Mustersatzung Absatz 2 und der sagt, ihr müsst euch bei einem Alarm sofort beim Feuerwehrhaus einfinden. Das ist jetzt erstmal die eine Pflicht. Daneben gibt es aber die andere Pflicht nach dem Strafgesetzbuch, habt ihr bestimmt auch schon gehört, ist der § 323c des Strafgesetzbuches. Hier ist jeder bei Unglücksfällen zur Hilfeleistung verpflichtet und macht sich gegebenenfalls der unterlassenen Hilfeleistung strafbar, wenn er nicht helfen würde. Wir müssen uns den Paragrafen jetzt mal ganz genau anschauen. Da lautet es, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, der wird dann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Und der entscheidende Punkt, ich markiere es euch mal, der ist ganz klar, die Verletzung anderer wichtiger Pflichten. Ihr habt nämlich einerseits jetzt die Pflicht nach § 323c Strafgesetzbuch zu helfen. Andererseits habt ihr aber jetzt auch, die sich aus den einzelnen Satzungen, vielleicht auch bei euch im Landesfeuerwehrgesetz schon geregelt, habt ihr die Pflicht, euch unverzüglich zum Einsatz einzufinden. Eine dieser Verpflichtungen könnt ihr jetzt niemals erfüllen. Wenn ihr eine Unfallstelle nun einfach vorbeifahrt, egal ob schon ein Ärztthelfer anwesend oder nicht, macht ihr euch allerdings nicht nach § 323c jetzt strafbar, weil ganz klar, ihr habt eben auch die Pflicht, zur Feuerwehr zu fahren, das Fahrzeug zu besetzen und dann mit viel mehr Möglichkeiten wieder zur Unfallstelle zurückzukehren. Also, das heißt, hier aus meiner Sicht, in eigentlich allen denkbaren Fällen seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr euch nicht gemäß § 323c StGB strafbar macht, weil ihr eben die konkurrierende Pflicht habt, euch unverzüglich bei einem Einsatz auch in der Feuerwehr einzufinden. Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend beantwortet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal.